Und ein Moinzen zu den VfB News. Sie sind immer wieder da, es gibt ein paar Themen zu besprechen. Die anderen Themen natürlich aktueller noch oder spezifischer Aufwohnung in Berlin kommen natürlich noch im Vorberichtsvideo, wie auch immer. Richtiger Vorbericht ist es ja fast nicht mehr, mit den Kategorien und sowas, mit den Sprüchen immer. Aber geht am ehesten Richtung Vorbericht. Natürlich ist hier auch in den VfB News ein bisschen was Älteres dabei, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Wir fangen an mit Freitag. Ja, ist schon, wie gesagt, auch eine Woche, zwei her. Aber an diesem Freitag damals, zeitgleich, oder ein paar Stunden vor dem Hoffenheim-Spiel, gab es das U19-Derby gegen KSC. Das ist am Ende leider mit 0 zu 1 verloren, ging in den 89. Treffer, aber auch sehr geil. Es war ausverkauft. 750 Tickets gingen weg. 2G-Regelung, Ultras waren da, hier und da. Das war, glaube ich, sehr, sehr geil für die U19. Hier ist auch ein Sendehinweis, U19. Diesen Sonntag treffen die auf den FC Bayern Campus quasi, auf die Bayern U19 im Halbfinale. Damit könnten sie Historisches schaffen und als Titelverteidiger erneut ins Endspiel nach Berlin fahren, wenn sie das Ding holen. Gefahren bin ich auch, also ich nicht, die Bahn, aber nach Hoffenheim Simmer. 2-1-Jahr verloren. Geiler Stadion-Flock ist draus geworden. Geile Stimmung wie sonst was. Es war auch schon klar, dass der ordentlich VfW-Fans dabei war. Der Block war ausverkauft, also der Auswärtsblock mit 2.200, glaube ich. Dann kamen jetzt aber offizielle Zahlen, zumindest von die falschen, 9.10 Zahlen offiziell. Es kamen 18.099 Zuschauer insgesamt. Und davon waren tatsächlich ganze 5.000 VfW-Fans. Bedeutet, 2.800 Fans, nochmal mehr als der Auswärtsblock selber, haben sich drumherum geschert um den Auswärtsblock oder ins Stadion generell. Kein Wunder, aber diese Stimmung ist so dermaßen krass, das war wirklich, wie gesagt, das erste Mal Stimmung wie vor zwei Jahren halt. Stimmung wie damals, vor Corona, doof gesagt, wo die Ultrasonner bei Stimmung, Hoffenheim, Heimspiel draus gemacht. Unfassbar geil, nur halt, Ergebnis hat nicht ganz gepasst. So, machen wir weiter. Stürmer über Kategorie. Ich habe hier gerade jedes Mal ein Wort gesucht dafür. Castanaras, ab nächstes Jahr bei den VfB-Profis, hat Liga-Insider schon geschrieben gehabt. Dann wurde es offiziell, wir binden Castanaras langfristig bis 30. Juni 2025 Lizenzspielervertrag und ab dem Sommer wird er unserem Profikader angehören. Das ist ja der Kollege, der aktuell noch die U21 und die U19 auseinanderschießt, vor allem die U19 und das auch noch am Anfang der Saison mit TBD zusammen gemacht hat. Jetzt ist ja TBD schon zu uns hochgekommen. Bei ihm wird es auch im Sommer soweit sein. Sehr, sehr geil. Da waren auch andere Klubs dran. Wir haben ihn gehalten. Kann einen auf jeden Fall freuen. Eigentlich ein Jungspieler gehalten, so immer schön. Dafür wohl auch schon länger Thema scheinbar sicher weg. Im Sommer Karlajcic, muss man auch gucken, wie wird die Rückrunde genauer, kommen die großen Angebote und so weiter und so fort. Aber klar, Vertrag läuft 2023 aus, soweit ich weiß. Letzter Sommer, wo du dick Kohle mit ihm machen kannst und scheinbar stehen die Zeichen auf Abschied, laut Kicker und so weiter und so fort. Auch im Sommer waren scheinbar schon Leute ordentlich dran. Tottenham, Rom, West Ham, Dortmund, Bayern. Selbst das haben die Namen gefallen. Das ist auch der nächste Artikel. Lewandowski, Nachfolger Bayern, beschäftigt sich mit Karlajcic. Auch eine ganz, ganz wilde Nummer. Wohl eher als Lewandowski-Nachfolger ist schon heftig. Mich würde schon durchaus wundern, wenn es den zu den Bayern zieht. Aber ey, soll er machen. Soll er machen, wie er will. Missing hat es da auch logischerweise sehr kalt und sehr entspannt. Nach dem Motto, yo, grundsätzlich der Vertrag. Wir sind entspannt. Er will erstmal gesund werden, auf den Platz kommen und dann schauen wir erstmal weiter. Er hat natürlich ganz dick nochmal die Aktien reingesetzt mit dem 3-2 gegen Gladbach, mit dem Siegtreffer. Sehr, sehr wichtige Geschichte. Einer, der ihn ja so ein bisschen perspektivisch auch ersetzen könnte oder sollte dann auch Langzeitprojekt ist, so ein bisschen ein Vorgriff war. Fahir. Wie gesagt, wiederhole nochmal. Viereinhalb Millionen Goal im Sommer von Velje BK. Und da kam jetzt auch Matarazzo über Fahir. Das liegt am Spieler selbst. Was er im Training anbietet, dass er die Ärmel hochkrempelt. Im Abschluss ist er brandgefährlich, arbeitet gut, aber er kriegt es nicht so ganz umgesetzt, wie es sein sollte. Und deswegen dauert es ein bisschen. Aber auch hier, Fahir und auch Béas wurden angesprochen. Das sind Projekte, die auf 5 Jahre angelegt sind. Klar, beide Kollegen sind erst 18 Jahre alt. Fahir jetzt aber auch aufgrund der Nicht-Spiele und auch Nicht-Leistungen, wie auch immer, nicht mehr für die dänische U1. Wenn man sich nominiert, ist auch schade. Ich weiß nicht, ob die da so einen riesen Pool haben an Leuten. Aber wenn er selbst da nicht dabei ist, weiß ich nicht. Wer dafür dabei ist, Momo Cisse. Für die Anstiegspielpause ist er bei der Nationalmannschaft von Guinea am Start. Fand ich auch ganz interessant, hier mal mit reinzunehmen. Auch sehr geil. Mohamed Sanko ist wieder am Ball. Zumindest gibt es ein Instagram-Video von ihm, wie er am Ball schon mal agiert. Dann kamen die Infos von der BILD, die dann auch von Maderazo auf der Pressekonferenz bestätigt wurden. Mo setzt sein Trainingsprogramm nächste Woche mit Martin Franz auf dem Rasen fort. Er könnte in den nächsten Wochen auch wieder Teile des Mannschafts-Trainings absolvieren. Bisher ist seine Genesung sehr gut verlaufen. Die BILD meinte hier, in drei bis vier Wochen soll er behutsam als Mannschafts-Trainings herangeführt werden. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Meldung. Ich erwarte ihn jetzt nicht mehr diese Saison. Ganz sicher nicht. Gerade bei ihm. Mach mal da langsam bitte. Aber vielleicht tatsächlich irgendwie letzte Spieltag-Einwechslung. Irgendwie nochmal emotional. Wer weiß. Auf jeden Fall scheint das Zeug ganz, ganz gut zu laufen. Auch OP und so weiter. Da war ja alles sehr, sehr positiv. Und dann hat hier ein Twitter-User mal zusammengefasst, was wir im Sommer an Stürmer hätten. Und der hat da auch schon Kalajic weggelassen quasi. Tibidi, Sanko, Castanaras, Fahir, Tomasz. Laie läuft ja bis Sommer 2023. Egal, ob wir absteigen oder nicht. Die läuft weiter. Und Mamouche. Gut, da ist die Frage. Sommer läuft die Laie aus. Halten wir ihn? Geht er zu Wolfsburg zurück? Was passiert da? Aber natürlich 17 Jahre, 18, 19, 19, 20, 23 Jahre. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und dann bleibt vielleicht ja sogar noch Kalajic. Wer weiß. Ist ja nichts Offizielles bisher. Das ist dann schon ziemlich, ziemlich abartig da vorne, muss man auch sagen. Und auch ein bisschen tat. Denn, ja, den ist ja auch schon, glaube ich, ein bisschen triggert teilweise. Wie quasi es immer heißt, immer nur Talente aus dem Ausland und so weiter. Hat man auf Instagram gepostet. Eine NLZ-Startelf, also Nachwuchsleistungszentrum-Startelf, wo Spieler rauskamen mit Profi-Vertrag, natürlich jetzt passenderweise nach Kastanaras, hat er Schock genannt. Aydonis, Maier, Suver, hinten drin. Münst, Eckloff, Förster, Didavi und ganz vorne Sanko, Kastanaras, TBD. Alle Nachwuchsleistungszentren. Natürlich manche Neuer, manche Älter, Didavi, Ticken, Älter, Förster, klar auch. Münst ist ja auch einer, der verliehen ist zum Beispiel. Aydonis ja auch. Da kann man sich eine ganze Startelf zusammenbasteln. Wir kommen zum Sondertrikot. Klar, wurde jetzt auch schon getragen, deswegen mache ich es recht schnell. Wurde schon getragen und ihr habt es hoffentlich auch schon alle gesehen, weil ich es eh schon in Instagram-Story gepostet habe davor. Da bin ich sehr aktiv, checkt Instagram gerne ab. Da kann ich natürlich noch viel, viel schneller in die Storys reinposten, wenn was aktiv oder was beim VfB passiert. Mache ich auch immer, bockt sich gerade, checkt das sehr, sehr gerne ab. Sondertrikot, das Maßstelle besetzt. Ja, nachhaltigstes Trikot der Bundesliga und so weiter wird hier geschrieben. Auf 1893 Stück limitiert und die wurden auch alle vergriffen. Da natürlich auch die Charity-Aktion mit dabei, dass du quasi irgendwie pro Ding 5 Euro, also pro Trikot 5 Euro irgendwie an VfB Fairplay gehen und so weiter und so fort. Alles in allem wirklich ein schniekes Trikot geworden, ist schön geworden, das Ding. Nachhaltig, top Idee, Zeitpunkt vielleicht ein bisschen random, aber ist ja egal. Schönes Trikot, Heimsiege gefeiert, was willst du da mehr ab, bitte mit dem Trikot. Zweite Liga ist der nächste Punkt. Aber wir sind davon, wer würde denn bleiben? Weil es sickert so ein bisschen was durch, alles natürlich sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen noch. Aber laut der SCN ist natürlich alles noch spekulativ. Auch im Sinne von, er wäre quasi beim Falle vom Abstieg statt 25 Millionen nur noch die Hälfte wert. So, weil egal ob wir abschneiden oder nicht, wir haben eine Option für glaube ich 3 Millionen, 3,5 Millionen, also gefühlt nicht. Die werden wir ziehen. Und dann natürlich im Abstiegsfall, wir werden wahrscheinlich ihn direkt wieder weiterverkaufen. Und da stehen wohl 20, 25 Millionen im Raum oder so, keine Ahnung. Egal, welche Summe es ist, klar, der Abstieg kackt ordentlich rein, da wäre nur noch die Hälfte wert. Aber wie gesagt, alles spekulativ. Denn bei Frau Panos soll es sich gar vorstellen können, einfach weiter für den VfB zu spielen. Das wäre natürlich Kingmove. Auch natürlich wieder die Verbindung zu Missland hat dabei. Der ja auch schon zu Arsenal geholt hatte, glaube ich, damals. Auch, lauter Bild war es, glaube ich, hier, wird Silas, Zitat, auch bei einem Abstieg nicht darauf drängen, den Verein vorzeitig verlassen zu dürfen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, käme es am Saisonende zum Abstieg, während Silas bei der Mission im Wiederaufstieg ein ganz wichtiger Faktor. Silas will mit seiner Treue auch etwas zurückgeben. Der VfB unterstützte ihn im vergangenen Jahr auch neben dem Platz extrem. Der VfB hielt immer zu ihm, jetzt hält Silas zum VfB. Respekt. Wirklich, also wenn das der Fall werden sollte, stark, stark, stark. Auch hier schreibt es immer auf Twitter noch dazu, dass das die Qualität in unserem sportlichen Bereich ganz klar darstellt. Auf menschlicher Ebene und so weiter und so fort. Klar, wir haben ihn auch dick unterstützt, diese ganzen Namensgeschichten und so weiter. Aber das wäre ein ordentliches Zeichen. Klar, dazu muss man auch ganz fair sagen, der Kollege hat jetzt die nächste dicke Verletzung drin. Fällt wieder die gesamte Restsaison aus. Ob da im Sommer die Angebote reinflattern würden, ist eh die Frage. Bei so viel Verletzungsanfälligkeit, gefühlt fünf Saisonspielen bisher und kein Tor und so. Eh schwierig, aber trotzdem wäre ein wahnsinnig schönes Zeichen. Und laut STR guter Quelle würde auch Endo wohl ziemlich sicher mit in die zweite Liga gehen. Wobei da natürlich bei Endo auch immer so ein bisschen noch die Gefahr mit der englischen Liga ist. Premier League ist ja immer noch sein Ziel oder sein Traum so ein bisschen. Spieltage, weil wir haben neue Ansetzungen bekommen, nämlich die Partien der Spieltage 28 bis 30. Die Saison leitet sich seinem Ende zu. Augsburg-Wismarer, Samstag 19.03.15.30. Union auch, Wismarer, diesen Samstag 15.30. Und dann kommt die erste neue Ansetzung quasi. Bielefeld, oder? Weiß nicht, ob die neue ist oder auch schon bekannt war. Bielefeld ist auch ein Samstag. Auswärtsspiel 2.04.15.30. Dann BVB. Da kriegt man ein bisschen Flashbacks, weil es ist ein Freitagabendspiel. 8.04.19.20.2030 gegen den BVB. Flashbacks eben zu dem 2-1-Sieg damals noch unter Wolf. Freitagabendspiel, Akolo-Treffer, Brigado-Treffer, 2-1-Sieg. Sehr, sehr geil gewesen. Und 30. Spieltag, da werde ich hoffentlich oder wahrscheinlich auch hinfahren. Da ist es halt Real Talk schneller als in Hoffenheim mit der Bahn. Einfach, weil die Anbindung besser ist so. Ist Mainz auswärts. 30. Spieltag, Samstag 16.04. Drei Tage von meinem Geburtstag. Auch wieder 15.30. Also kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein bei den Ansetzungen. Dortmund hätte es auch gerne auf den Samstag legen können. Aber mein Gott, wenig Sonder, oder was heißt wenig, gar kein Sonderkirchen dabei. Gefühlt nur Samstag 15.30. Da kannst du wirklich nicht groß meckern. So, Stadion. Großer Block. Wir bekommen neben unserer neuen Haupttribüne, oder neben der neuen Haupttribüne quasi, auch mehr Stehplätze im Zuge dieser ganzen EM-224-Umbau-Spackerei quasi, die ja auch dermaßen teuer wird. Aber 2.000 zusätzliche Stehplätze in der Kanscheler Kurve, das ist, glaube ich, ein Goodie, den wir uns da absolut rausziehen können. Auch wenn man sich hier auch immer mehr draus zitiert hat aus den Artikeln. Die bisherige Grundpacht für den VW-Spackert erhöht sich wegen der nun gestiegenen Refinanzierungskosten des Vermieters Stadion KG von jährlich 5,3 Millionen auf 6,9 Millionen Euro. Hinzu käme eine variable Pacht von 7,5 Prozent der Netto-Ticket-Einnahmen. Das wird schon alles ein ziemlich zielig teurer Spaß. Ganz lustig, ganz random. Schreibt die BILD dazu. Gomez hilft beim Stadion-Umbau. Ex-Stürmer in Pläne eingeweiht. Ganz, ganz komisch. Scheinbar half der auch mit irgendwie. Ich sage jetzt, technischer Direktor bei Red Bull Soccer. Wurde aber scheinbar schon in die Pläne eingeweiht, bevor er 2.20 bei uns die Guerre beendet hat. Fand ich irgendwie, juckt jetzt auch so am Ende des Tages. Keine Sau so, aber fand ich irgendwie lustig, diesen Random-Fact mit reinzunehmen. Auch interessant, der Umbau des Stadions bekommt auch ein Element, wie es bei Man City und Tottenham vorzufinden ist. Der sogenannte Tunnel-Club. Es wird also einen VIP-Bereich geben, der einen Blick auf den Spielertunnel und die Mixed Zone freigibt. Scheinbar. Genau, und da kam jetzt eben dann auch die Vermeldung, dass das Ding offiziell durch ist, dass das alles passt. Finanzierung, Schickimicki und so weiter. Wie gesagt, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß, das kostet scheiß viel Geld. Ich weiß, dass wir es so scheinbar irgendwie hinbekommen, wenn es jetzt alles anläuft. Und mehr, ja, tiefer interessiert mich das auch tatsächlich nicht. Solange es uns halt nicht komplett in den finanziellen Ruin treibt. Interessant ist jetzt, ganz aktuell, Jakob bleibt Ausrüster und steigt beim VfB ein. Ursprünglich bis 2023 war die Zusammenarbeit quasi vertraglich gesichert. Jetzt wurde es verlängert bis zum 30. Juni 2029, also sehr, sehr lange. Man schätzt sich gegenseitig sehr. Ich muss sagen, die Jako-Trikots und so, die machen sich echt gut, sehr, sehr geil. Habe jetzt auch tatsächlich jetzt das erste Mal wieder zugeschlagen bei einem Trikot. Also, ihr wisst ja auch aus dem Streams vielleicht, dass es mein letztes Trikot von der Saison 17, 18 ist. Also der erste Saison quasi nach dem Aufstieg. Jetzt habe ich mir, weil es diese Ticketaktion gab, auch mit Fanschal, ihr habt es auch mitbekommen. Mir wurde der Schal abgezogen in Hoffenheim. Ich meine, ich habe auch so genügend Schals, aber gerade da bietet sich die Möglichkeit, gerade auf dem VfB ein Angebot bis zum 13. März drin, das Ausweichtrikot-Kurve, was ich ganz geil finde. Das Einzige, was ich überlegt hatte, weiß nicht, weiß-rot ist schon geiler, aber gut. Zur Not hätte ich ja mein 17, 18er Trikot, wenn es irgendwie heißt, alle in weiß, doof gesagt. Aber ich finde das Trikot echt, echt ganz geil mit der Kurve. Wurde um 25 Prozent runtergesetzt. Also es sind jetzt quasi 60 Euro statt 70 fürs Trikot oder halt 59, 99 und man kriegt eben noch gratis einen Schal mit drauf, der auch einen Wert von 16,10 Euro oder sowas hat. War das irgendwie auch so ein Auswärtsschal oder so? Habe ich mir mitgenommen. Das erste Mal seit 17, 18 ein neues Trikot, das kommt und demnächst habe ich Bock drauf. Wurde das mal hier kurz einen privaten Ausflug quasi. Jakob steigt beim VfB ein, die Bild schreibt noch ein bisschen genauer, was das heißt. Jakob unternimmt neben dem Ausrüstevertrag eben 1,16 Prozent der Anteile, was uns nun einmalig rund 4 Millionen Euro einbringt. Das ist ein erster Schritt für unsere klamme Kasse. Auch kein großer, 1,1 Prozent, so 4 Millionen klingt jetzt nicht so groß für Fußballverhältnisse, aber scheint ja gut zu klingen, ist ja auch hier quasi, doof gesagt, regionaler Sponsor und so weiter. Das klingt schon alles recht rund. Das sollte aber natürlich noch ein bisschen mehr folgen, gerade wenn auch gerade die Gerüchte hochkommen, dass ja auf einmal jetzt Mercedes langsam seine Schritte zurückgehen könnte. Das bringt zumindest auch wieder hier die STN einmal einen Plusartikel ins Spiel, den ich über die mein VfB-App natürlich lesen kann als Abonnent. Das sind auch die Praktikantenfolgen hier bei mir. Aber ja, mal gucken, was sich da genauer ergibt. Das ist jetzt alles nicht genau genug, aber scheinbar wollen die auch so ein bisschen Stück für Stück aussteigen. Wäre natürlich heftig, weil die Presen natürlich schon ordentlich was zahlen, auch viel präsent sind im Mercedes-Benz-Arena und auch auf dem Trikot drauf und so, Mercedes-Benz-Bank und so. Das ist natürlich dann schon durchaus eine Thematik. Auch Thematik. Letzter Punkt, 60.000. Einmal mal so genannt, weil es sind erstmalig wieder dank einer Sondergenehmigung 60.000 Zuschauer zugelassen beim Spiel gegen den FC Augsburg. Man konnte es schon so ein bisschen erwarten, weil ab dem 20. März sollen ja die Maßnahmen weitgehend fallen, bundesweit. Unser Spiel ist am 19. März. Da konnte man fast so ein bisschen glauben, dass das funktioniert. Es kam irgendwie ewig keine Meldung. Diese Meldung kam auch gefühlt, ja, die kam erst mit dem Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Also sehr klamm irgendwie kurz davor. Ich habe quasi im Verkauf gesehen, okay, krass, das ganze Stadion freigeschalten und krass, in meinem Blog kann ich jeden Sitzplatz auswählen, bevor ich gelesen habe, dass es wieder 60.000 sind. Also das hätten wir auch ein bisschen größer kommunizieren können, bin ich ganz ehrlich. Und dann stellt sich auch die Frage, wie gut verkaufen wir den Spaß? 34.000 Zuschauer waren es am höchsten Punkt gegen Bielefeld in der Saison bisher. Wir hatten ja schon mal 60.000, die rein durften unter 2G. So ist es auch aktuell, der Stand. Aktueller Stand ist 2G und eben Maske, sagen wir mal, irgendwo rumlatscht. Am Platz kann man es ja abnehmen wieder, also wie auch gegen Gladbach. Gleiche Regeln. Kann sich natürlich auch noch bis zum 20. März ändern, weil wir haben ja eigentlich die Möglichkeit von 3G. Wie es da mit Maskenpflicht aussieht, keine Ahnung, aber aktueller Stand ist 2G. Auch schon mal interessant und auch sehr lustig, schreibt hier auch mal in VfB. Wer sich und andere vor einer Ansteckung gezielt schützen möchte, für den gibt es gegen den FCA folgende Besonderheit. Ein eigener Maskenblock. Auch sehr wild. Zuerst dachte ich mir, lol, was ist das? Der hat gefühlt einen Lachflash wegen dem Spaß. Aber ey, wer sich da irgendwie wirklich noch Angst macht und vielleicht deswegen nicht ins Stadion will, für den ist das halt ehrlich gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Und auch, großes Thema, die Ultras. Kommen denn die Ultras zurück? Man hätte es ja meinen können, Hoffenheim waren sie schon volle Kanne dabei, so gegen Gladbach waren sie schon zu weiten Teilen dabei, natürlich ohne Trommeln und so weiter. Aber auch hier, weil es war ja so ein bisschen klar, was sie wollen, ist so ein bisschen, ne? Vollauslastung wollen sie haben. Personalisiertes Ticket wollen sie nicht haben. Und Gästekontingent wieder auf 10%. Und das ist eigentlich alles gegeben so. Personalisiertes Ticket haben wir schon lange nicht mehr. Vollauslastung ist wieder möglich. Klar, 2G auch nicht so geil für die, aber es sollte ja eigentlich alles passen. Und das tut es auch. Es kam die Meldung, habe ich auch in die Insta-Sorby reingepackt, von der Kancel-Kurve oder beziehungsweise hier von Kommando Kancel im Spezifischeren. Ab dem kommenden Heimspiel gegen den FC Augsburg wollen wir als Kancel-Kurve erneut mit organisiertem Support Zaun fahren, Trommeln, Schwenk fahren und allem, was dazugehört, zurückkehren. Ein Neckarstadion unter Vollauslastung ermöglicht uns wieder ein kollektives Auftreten. Die aktuellen Gegebenheiten sollten dabei allerdings weiterhin nur eine Übergangslösung sein. In diesem Sinne ist auch der folgende Text der Fanszene in Deutschland zu verstehen. Blablabla, die eben auch gesagt haben, naja, die Maßnahmen fallen ja dann und hier und da und ihr habt nicht mit Ruhm bekleckert während der Corona-Zeit, deswegen macht jetzt das und das besser. 10% Gästekontingent, keine Maskenpflicht unter freiem Himmel, keine Zutrittsbeschränkungen und so weiter und so fort. Für uns heißt es einfach nur, die Stimmung ist volle Karosserie, volle Leute wieder dabei gegen Augsburg. Ich gehe jetzt hier auch mal ganz aktuell rein, also jetzt hier quasi Donnerstag Nacht nach dem Community-Stream mache ich den Spaß hier und sehe wieder vor mir, also die komplette Kurve ist doof gesagt weg, die Stehblöcke sind alle weg, quasi von Block 37 bis Block 31 ist gefühlt alles weg, 43 bis 39 ist auch alles weg im Oberrang. Ich bin ja wie immer in 34D, der Block ist auch schon ewig weg, es ist ja der freie Verkauf gestartet am Donnerstag und wie gesagt, es verkauft sich wirklich sehr, sehr ordentlich, aber wenn man über die anderen Kategorien geht, irgendwie mal Plätze nebeneinander, 3, 4, 7, gut da hinten vielleicht 20, das sind die im Auswärtsblock nicht so Bock und natürlich haben wir Kurve jetzt auch noch einige, hier aber auch nur einer ist noch frei, da hast du 7 nebeneinander, da hast du 14 nebeneinander, die erste 5, 8, 2, 1, also das ist krass, vor allem die Kanchenkurve, wie gesagt, ist wirklich, die ist komplett weg und das ist ja quasi mit die halbe Miete, weil wenn die da ist, dann geht es da volle Lotte ab und da habe ich extrem, extrem, extrem Bock drauf, auf Kanchenkurve, Aufstimmung und dann, ja mal gucken, also ich glaube, die 4.000 gegen Bielefeld sollten wir schon geknackt bekommen, gegen Augsburg, das wäre natürlich auch ein absolutes Statement, der erstmal mit, das ist 45, das ist 50.000 Zuschauern kommen, in so einem dermaßen wichtigen Spiel und dann mal so richtig einzuheizen, dann wird das schon ziemlich, ziemlich geil, da habe ich auch schon sehr, sehr Bock drauf, aufs Spiel nächste Woche, wie gesagt, es ist noch eine Woche Zeit, ich glaube, die Karten, wenn man schon mal der erste Stand, irgendwann kommt dann vom VfB oder wem auch immer, wer es berichtet, aber die verkaufen sich bisher wirklich ziemlich, ziemlich ordentlich, was auch noch kommt, ist scheinbar geplant, ab Kalenderwoche 12, also in zwei Wochen glaube ich, soll es eine Mini-Dauerkarte geben zum Saisonfinale, die letzten drei Heimspiele, das wären dann Dortmund, Wolfsburg und Köln, dazu gibt es aber noch weitere Informationen, wird wahrscheinlich ähnlich sein, wie Ende der Hin-Serie, wo wir auch wieder voll auslasten durften, unter 2G, was dann auch wieder kurzfristig quasi wieder geändert wurde, aber da gab es ja auch schon das Dauerkärtle, das wird wahrscheinlich auch wieder einen Charakter von Ticketpaket haben, so drei Spiele Ticketpaket und fertig ist, aber das auch noch zum Thema Ticketing quasi, da würde ich sagen, wir sind durch mit den News, war sehr viel Interessantes dabei, würde ich sagen, alles eurer Meinung und alles zu den Themen ab in die Kommentare, ihr wisst, dass auch wieder alle Links natürlich im Sammelink gebündelt sind quasi, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vor allem natürlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ticketing 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 Ticketing